so freunde was geht ab guten morgen wir haben einfach 7 und 30 geld zum frühe ich sehe so respektlos aus ja wenn ich später geht dann habe ich so eine wartezeit von zwei drei stunden habe ich keinen bock darauf dass ich jetzt fertig wollen weil es auch die hoffzeit ansteht und alles schon mal sagen let's go ist das ergebnis den typ schnell so krass haare deswegen ich auch dahin gehe weil in kosovo ich weiß einmal sollte ich meinen kursen vertrauen ich wusste wieder auf jeden fall genau so freundlich habe es geschafft ich war bei dem bruder ich habe noch glückwünsche mitgebracht das ist ein laden aufgemacht hat und ihr seht schon die seiten sind sehr clean ich fühle mich wieder wie neu geworden und wenn wir die wieder hochzeitung so wild aus jetzt junge für rasch ein bester mann bei hebz in b und wir haben hier ein bisschen was bestellt das ganze sieht eigentlich so aus mega funky retro bisschen weil wir du bist das erste mal mein video also du bist das leben weil ihr sagt ich zeig euch jetzt wie er schmeckt so freunde erster bis mit euch gemacht kurz dritten checken ich bin mal knoblauchsoße leute knoblauchsoße wird auch super tomaten werden rausgenommen wild also will ok der salat ist einfach vergammelt das ist das beste dran 1 2 3 das heißt hebschicken sandwich ich habe noch ein crispy onion burger irgendwie so heißt er der wird gleich außerhalb aber dem burger gebe ich eine 8 von 10 ja ich mache live reaction weil sonst glauben die leute nicht was ich gesagt habe ja egal ok meine weiter geht's einfach cola steht im weg wir probieren jetzt so ein schicken tender ich habe gar nicht so ist das gar nicht so leute ich habe knoblauchsoße hier nicht nur in den schicken tender ich sehe noch was anderes aber anderes thema ich weiß nicht nur in der schlange alter leute was wir sehen ich wünsche ihr könnt ihr das aussehen wir sind gerade in herbst ne falls du mädchen das siehst die gerade auch in der schlange steht respekt ich sag dir ehrlich respekt und den crispy onion burger korrekt links dahin da ist wie heißt das restriebe ist er übertrieben schmeckt gar nicht schmeckt gut daumen hoch für den laden empfehle ich euch weiter ist auf jeden fall geil das mal probiert zu haben alles gut geht durch videos und sagt auf die tür spaß freundin hau ein eva heute uns geht es gar nicht gut da hinten die boxen sich gleich ich will schon mal dass er sieht ja scheiße der eine ist da irgendwie auf den fuß getreten der rastet auf ich habe hier mein stargast meinen kleinen cousin sag mal hallo für youtube hallo youtube bester mann junge schreibt hashtag albi ist der beste weil das eigentlich der kleine bruder von az der hat nicht nur ein albi dann einen zweiten mein cousin kennt ihr bereits achso schreibt den bis ey war französ guckt alle auf handy digga weil ihr habt noch niemanden vloggen gesehen ey geil entspannt machen ey wollt ihr einmal peace in the camp machen hier ey du nicht schäbe dich nicht ey du nicht du musst runter bei deinen freunden und mach mal dings so interviewen du machst du mal mein propos interviewst du? Leute ich mach gleich woher schaffst du diese leute? ja aber das wird sich mit du vorst weil ich bin weil ich bin ey ua Freunde was geht ab wir sind gerade auf der dritte meiner schwester ey wie seh ich aus bezaubernd bezaubernd ich zeig kannst du das aufstellen? vielleicht ne ich dreh die kamera ja ich freut ihr was geht ab auf jeden Fall hoch ihr wisst bescheid ich hab die hauptsächlich auseinandergenommen und ich bin da für sein Cousin aber die machen gleich so Show und so weil die denken die werden richtig sparen aber schau doch da wenn du besiehn die besten auf uns ich bin da 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 das ist mein Junge das ist mein Junge ich bin da ich bin da ich bin da machen die das ist echt brutal hier ist so dass ist so einfach auf dem gebirge ich weiß ich kann ein bisschen da hinlaufen dahin ist das Hotel Skanderbeck wo wir letztes Jahr gedreht haben wenn man jetzt hier so hoch guckt bisschen kann man eigentlich auf die ganze stadt blicken wenn dann nicht diese scheiß bäume hier wären jetzt aber hier friends einfach ganz oben ich höre hier achtung rutschgefahr dann dann zu ganz schön unten so sieht das aus leute ich hab's geschafft und top of the mountain top of the mountain bester mann wala der bruder der chillt jetzt hier oben abi passt auf nicht rutschen nicht gut weil dann ein bein weniger oder so nicht gut meine mutter wartet auf mich während ich hier am bloggen bin oder versuche materiale aufzunehmen und jetzt sind wir jetzt sind wir bei restaurant und das bory mit guck mal was für ein eingang junge wild da gehen wir jetzt hoch und wir gehen frühstücken weil meine mama und ich haben hunger wild wild leute ich habe chicken fingers bestellt direkt zum frühstück mit pommes bisschen hasenbutter dann noch spiegeleier weil ich es eh nur hier den käse spiegeleier und die zwei sachen das heißt das wird so von der portion erreichen haben brot bekommen das ist so heiß und heiß und guck mal wie fluffig später mermoz und alter dann hat mir wie man auf albanisch sagt wir gönnen uns das jetzt wie in kosovo am besten let's go guten hunger hallo abi willkommen in den laden abi einmal wie immer okay aber wie heute ich habe keine fleisch ich habe nur spiegeleier abbi oder läuft aus abbi salat alles ja abbi keine probleme ich mach sofort pommes auch kein problem jetzt wird reingefetzen lecker leute ich sag euch bomben essen bomben essen meine mutter spätser kauen mermoz und ja ich weiß dass ganz wo wir hingehen ich war heute nach rostritt zur vater seite und dann gucken oh mein gott im auto wieder ekelhaft wir haben sagt euch wir haben 32 grad korrekt und wir haben gerade mal zu für 30 wird heute nicht ein heißer tag aber wir machen das beste draus friends einfach der will klima machen der bruder macht einfach die tür auf alles gut wenn man keine klima hat ich küsse dein herz ne wir fahren jetzt nach woche es geht los der tür zu gemacht let's go guys wir gehen nur tanken und dann schön mit meinem cousin wie immer wie immer ich schwöre wir sind jeden tag zusammen egal wo wir hin fahren immer zusammen bitte in 100 metern links abbi hi leute ich mag heute eine test von fanta das ist ein green apple geil sind wir viele schuhe ich kann die schuhe leute mein cousin ist ein king warte provo warte die grüne apple sind de mazaua ich bestimmte ich scheiße ich muss das haben aber kom inte nicht ich wollte so die Han hab probo Was ist das? 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 Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht. Es ist eine Katastrophe. Wenn ihr das geht, dann nicht kaufen. Was ist das? Green Abel. Green Abel. Tschau. Mit meinem Video. Ich habe mir einfach Spaghetti Carbonara bestellt. Nein, das ist keine Spaghetti. Das ist Penne. Das ist wie in Italien. Und Penne. Ich probiere mal heute. Ich übersetze euch das. Hier sind ganze diese Westen. Aber wir probieren das jetzt. Tschüss. Tschüss, tschüss. 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 Aber ich kann nicht mehr. Halt. Die Nudeln sind nicht richtig durch. Aber so schmeckt das. Es schmeckt an sich mit Soß und alles. Die hinter der Kamera. Die fühlt mich das erste Mal. Deswegen lachen die alle. Die finden das lustig und komisch. Für Kyoto Bosna. Wie eines nennt mich. Als hätte die noch nie jemanden bloggen sehen. Aber was soll ich machen. Man steht drüber, wisst ihr. Deswegen supportet einfach weiter. So Freunde, was glaubt. Heute das letzte Mal im Infinite. Und wie gesagt, ich kann es euch nur ans Herz legen. Super Ding hier. Ich bin echt zufrieden. Der Service ist super. Die Leute sind korrekt. Sowohl der Manager, der Chef, die Mitarbeiter sind alle so korrekt. Und ihr seht die letzten Züge auch von mir. So. Ihr seht, was für ein Rauch das ist. Junge. Das ist krank. Also die Köpfe hier auch. Baba. Ich rauch sowieso immer wie nur Black Nana. Auf uns. Und auf den Laden. Genau. Ich habe meiner Mama mal gezeigt, wo ich die ganze Zeit abhänge. Und was ist ganz Zeit, aber so abends rausgehen. Und ja, die hat auch gesehen, was das für Leute sind. Die sind alle korrekt. Beleinagaljevduk. Deine Kinder sind super Menschen und so. Das sagt schon einiges, wisst ihr. Und deswegen, wenn ihr hier kommt, Infinite Lounge in P. Gönnt euch das. Und sagt, ihr kommt von Albo Flo. Dann wissen die Bescheid. Zeigt den YouTube Kanal. Die wissen alles. Bis dann. Was geht davon, ne? Wir haben gerade 2 Uhr morgens. Einfach aufbauen, egal. Wir haben 2 Uhr morgens. Wir sind in Hems drin, Kohls in P. Alter, dieser Chicken Spinner, ne? Uff. Der kickt gerade anders. Ich fliege morgen zurück. Ihr wisst nicht, was das für ein Feeling ist, ne? Zeig ihnen die Runde, wer alles hier ist. Zeig ihnen die Runde an. Ich beise euch nochmal rein. Einfach das hier so. Und wir laufen alles zusammen. Ich kann das auch nicht. Ich kann das auch nicht. Oho! Wie ein Mann hat er das genommen. Ich bin... Wie ein... Aber gar nichts weiter weils, nicht mehr. Paar der Motor. Aber ich kann in H寺? Das war's. Das war's für mich. Das war's für mich.